Es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend, was mit dem Bitcoin-Preis jetzt in den nächsten Tagen bzw. jetzt in den nächsten Stunden schon passieren wird. Jetzt gerade in diesem Moment haben wir an dieser Stelle eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich werde ganz genau und detailliert, so wie immer, über diese Entwicklung, die wir jetzt gerade in unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart haben, sprechen. Deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr dieses Video unbedingt bis zum Ende anschaut. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und somit könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up-to-date bleibt. Vielen Dank Leute und bevor ich mit dem Video starte, ihr habt wieder die Möglichkeit, Bitcoins im Wert von 50 Dollar zu gewinnen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist eure Bitcoin-Adresse unten als Kommentar reinzuschreiben. Und danach werde ich einen von diesen Kommentaren im nächsten Video rauspicken und die 50 Dollar dieser Person zukommen lassen. Vielen Dank Leute und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin-Preis. Wir können erkennen, dass wir jetzt gerade bei einem Preis von in etwa 34.100 Dollar sind. Die Frage bleibt weiterhin offen, wohin wir denn jetzt in den nächsten Stunden mit dem Bitcoin-Preis gehen werden. Möglicherweise haben wir jetzt hier an dieser Stelle ein Pattern, was uns dabei helfen könnte, den zukünftigen Preis vorherzusagen. Aber kurz einmal zurück in die Zeit. Und zwar haben wir hier an dieser Stelle ein Head & Shoulders Pattern gehabt. Und so wie ich es vorausgesagt hatte, sind wir hier unter diese grüne Linie gefallen, unter die Neckline und sind dann mit dem Preis weiter runtergegangen. Anschließend haben wir hier mit diesen orangen Linien zu erkennen ein Falling Wedge gebildet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aus diesem Falling Wedge nach oben hin ausbrechen würden, war ja auch ein kleines bisschen wahrscheinlicher, als dass wir nach unten ausbrechen. Und ebenfalls genauso wie ich es vorausgesagt hatte, sind wir hier an dieser Stelle nach oben hin ausgebrochen. Außerdem haben wir das Preisziel von diesem Falling Wedge zwar nicht erreicht, allerdings sind wir diesem Preisziel sehr sehr nah gekommen und haben dort einen Widerstand erlebt und sind mit dem Preis erneut reingegangen. Aber dieses Pattern, welches jetzt hier an dieser Stelle sich noch bildet und weder nach unten noch nach oben ausgebrochen ist, könnte uns potenziell auf ein sehr hohes Preisniveau bringen. Was sich jetzt hier an dieser Stelle entwickelt, ist ein sogenanntes Symmetrical Triangle. Das Interessante an diesem Pattern ist, dass wir hier in dieses Pattern aus einem Abtrend heraus reingegangen sind und somit ist die Wahrscheinlichkeit erneut, nach oben hin auszubrechen, ein kleines bisschen höher, als dass wir hier an dieser Stelle unter diese Support Linie fallen. Ein Ausbruch hier an dieser Stelle ist zwar wahrscheinlicher, trotz dessen haben wir ebenfalls das Risiko, hier an dieser Stelle unter diesen Support zu fallen. Wir können hier sehr gut unsere Widerstandspunkte erkennen, ebenfalls hier an dieser Stelle und jetzt möglicherweise in den nächsten Stunden noch einmal irgendwo hier an dieser Stelle. Außerdem können wir auch unsere Support Punkte erkennen, unter die wir bis jetzt glücklicherweise nicht gerutscht sind und somit diesen Support weiterhin halten können. Was wir hier ebenfalls erkennen können, ist, dass wir diese gelbe Linie, die wir jetzt schon seit einiger Zeit in unserem Bitcoin Chart haben, weiterhin halten können. Das heißt, wir können hier erkennen, dass wir so ziemlich genau bis zu dieser gelben Linie runtergegangen sind mit dem Preis und danach dort einen Bounce erlebt haben und erneut mit dem Preis nach oben gegangen sind. Das ist ein ziemlich gutes Signal für die weitere Preisentwicklung von Bitcoin. Wenn wir uns nun einmal das Preisziel hier aus diesem Symmetrical Triangle anschauen, können wir erkennen, dass dann unser potenzielles Preisziel hier aus diesem Pattern bei in etwa 39.500 Dollar liegen würde. Natürlich unter der Voraussetzung, dass wir hier an dieser Stelle auch nach oben ausbrechen und danach dieses Preisziel vollständig erreichen. Natürlich funktioniert das Ganze aber auch andersherum. Wenn wir hier unter den Support fallen sollten, wäre dann unser bärisches Preisziel bei in etwa 29.400 Dollar. Allerdings ist dieses Preisziel lediglich ein Preisziel und ich denke nicht, dass wir dieses Preisziel in den nächsten Tagen bzw. in den nächsten Wochen erreichen werden. Weiterhin haben wir hier gekennzeichnet mit dieser roten Box diesen so starken Support, der bei in etwa 30.000 bis 31.000 Dollar liegt. Und weiterhin können wir diesen Support halten. Ich hatte ja bereits einige Male gesagt, dass wenn wir unter die 30.000 Dollar fallen sollten und dort dann eine Tageskerze abschließen sollten, dass ich mir dann vorstellen kann, dass der Preis wieder schlagartig nach unten gehen wird. Aber jetzt gerade in diesem Moment ist das Ganze noch Zukunftsmusik. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir unter diesen Support an dieser Stelle rutschen werden. Und auch in unserem Fib Retracement Tool können wir eine spannende Entdeckung machen. Und zwar können wir erkennen, dass wir erneut von unserem Fib Level 0.5 bei in etwa 35.000 Dollar rejected wurden, was eigentlich kein so gutes Signal für den Bitcoin Preis ist. Allerdings können wir ebenfalls erkennen, dass wir erneut bei unserem Fib Level 0.382 bei in etwa 33.500 Dollar einen starken Support haben. So richtig interessant wird es dann erst werden, wenn wir hier unser Fib Level 0.5 hinter uns lassen können. Denn dann wäre unser nächstes Preisziel laut dem Fib Retracement Tool bei in etwa 36.500 Dollar bei unserem Fib Level 0.618. Vielen Dank Leute, das war es von mir für dieses Video. Ihr habt hier weiterhin die Möglichkeit bis zu 1610 Dollar komplett kostenlos auf Bybit zu claimen. Das einzige, was ihr tun müsst, ist diesen Link unten in meiner Videobeschreibung anzuklicken. Danach öffnet sich Bybit. Innerhalb von Sekunden habt ihr euch einen Account erstellt und nach eurer ersten Einzahlung erhaltet ihr bis zu 1610 Dollar komplett kostenlos. Komplett unverbindlich, womit ihr euren nächsten Trade komplett kostenlos setzen könnt und die Profite anschließend wieder von der Börse abheben könnt. Vielen Dank Leute und wie gesagt, einfach nur eure Bitcoin Adresse unten in die Kommentare reinschreiben. Im nächsten Video werde ich dann eins dieser Kommentare rauspicken und dieser Person, dieser Toshis im Wert von 50 Dollar zukommen lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr immer up to date bleibt und immer von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye Bye.